Also ich prügel mich jetzt erstmal durch das ganz schwere Zeug und dann ist das einfache Zeug noch einfacher. So, das ist gerade der Plan, nicht dass das wirklich ein Plan wäre, aber hey. So, na dann, schauen wir doch mal. Eine Kiste, natürlich. Alter. Ohne MP und FP sind die Kämpfe echt nervig. Möchte ich grad mal anmerken. Lass mich in Ruhe, Mann. So. Bei der zweiten Mission kommst du nicht weiter. Okay. Na gut, kommt halt immer drauf an, was man so viel Materie auch hat, ne. So, gut. Das hätten wir. Oh, ehrlich jetzt. Schön, außer recht, werte des Players rausgesprungen. Sehr nice. Muss auf Level 50. Tja. So. Wir haben noch eine, zwei Kisten. So, natürlich. Ultima. What the frick. What the frick kommt der mir plötzlich hier mit Ultima an? Okay. 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 Das hat mich jetzt noch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh. Wahrscheinlich muss ich hier rein. Okay. Okay. So, geht doch. So, geht doch. Ja, das ist so klar. So. 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 garsten nicht mit mir nicht mit mir ist los ich nicht zu so na dann hey dude so sehr schön guten rang 9 kämpfe klang 9 missionen gehen wir mal den missionen neuen strangen durch ich habe gerade den weg nicht erkannt wegen der bodentextur was ist da los man natürlich wieder so meine blitzklinge nehmen wir wieder mit die lustig du hast keinen tod gegen mich so ronobu hattest du nicht irgendwas von Stufe 50 erwähnt haben wir ja komm Scheiß auf die Kiste tot 51 nice ok nehme ich mit nehme ich auch nehme ich auch nichts neben oder hinter mir natürlich natürlich das ist nicht gleich so ausrasten nur weil ich euch mit eurer schwäche getroffen habe sehr furchtbar hier so jetzt ist die frage wie schnell will ich hier raus gehe ich den langen umweg nach rechts für weitere kisten oder sage ich eigentlich egal ich meine das ist nur stufe 6 ne scheiß drauf so bitteschön werden wir das das ich habe so erw alive ich w natürlich weil lasse ich dich nicht aufbauen du sehr schön danke dass mir den rücken gezeigt ist uns wäre das nicht möglich gewesen ich muss da lang gucken nein hier ist keine kiste sich irgendwo in der nische versteckt hat oh wirklich oh wirklich so die mir einfach ausgeben gibt ihm ja auch noch ganz ähnlich mit euch und euren brüdern habe schlechte erfahrungen gemacht ich habe bock drauf so so danke für das rumenarmband genesis eingreifen okay okay wow why so much okay sehr schön sehr schön gestorben ja Hier ist noch eine Kiste. So. Activating combat mode. So. 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 auch okay und ehrlich jetzt auch niedlich ich wurde tatsächlich von irgendwas gehittert nicht wirklich relevant und wir kommen genau rechtzeitig dann kriegt ihr jetzt einmal eure squads haben mich aber glück mir nicht an also hintergrundlicht eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun und zehn so oh